boah wie weit ich geflogen bin nein ich wollte wissen wind l windows da vorne ne ok ein johlsender vogel ich fahre mal abholen hier tensei ishikawa ist dojo das dojo moin mein freund ishikawa tomoe no shokokou hiyoshi no yu no uchi to soto de hitogai koro saれたそうだ o kage demura no orai wa すっかり減ってしまった tomoe no shiwaza da to teki sez na ba ni yumi tori ookeba mura no kuri tu na do te esu sensei ga nagao ke de o tsukai ni narareta hei jutsuですね tomoe wa oboe ga hai na ika ni mo maru de anata no benshin desu hihihi nara wa sori o sakata ni totte arruzo die vergangenheit vergeht nicht koi 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 o Irgendwo in einem Berg. Noch irgendwo? Was? Was da oben? Ihr habt nicht völlig versagt. Danke dafür, Alter. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Mann. Was jetzt das heißt? Okay, hier runter. Ihr habt nicht völlig versagt. Oh, das ist das. Ops, in die Richtung. Weiter verborgene Quellen. Nehmen wir alle so coole Namen und so coole Aussehen in Japan, japanischen Geschichten. Auf ins hohe Gras, mein Freund. Kommt her. Täuscht du mal, mein Freund. Stirb! 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 Und stirb! Ja! Alles willkommen! Oh, jetzt ist er hinrennen! Ha, 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 ha! Verdammter Pfeil! Boah! Okay, das war episch. Hier, der Pfeil weggesteckt hat und dann ist Gewitter aufploppt. Holy moly Die haben wir nach rechts Am besten wäre ja, wenn wir die irgendwie flankieren Wo sind denn die? Ich bin auch in den Bergen da Ich sehe schon Können wir den langen Bogen ausrüsten Wir überraschen sie, mein Freund Okay, der schließt direkt los Nichts überraschen Damn Zack Okay, der kriegt Pfeile reingedollert, Kollege Das interessiert den gar nicht Runter von meiner Brücke Okay, jetzt hat er den auch nicht interessiert Ähm Der her Schaffst du den, mein Freund? Sehr gut Ich wollte so heimlich machen, Alter Und nicht den ersten Fall fliegen Ähm Noch ist er nicht erweitert Für unser Leben nehmen Bis zum nächsten Mal ok wir müssen hier kurz aufpassen mein freund wer lauert ist böse ja 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 ouch stirb wer ist jetzt dran wer ist jetzt dran so du netter versuch willst du nochmal ups ha 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 so weg dezimiert die heilen jetzt hier guck dir das an holy moly sieht das gut aus ne sick so hinter uns oder mich ist blöd ne links haben wir hier hoch eisen legt sich da hin katze oder ist da nicht mehr drin da oben jetzt sehen sie schon stehen wo ist denn unser kollege den haben wir verloren ne versäge die mongolen herrte geduld ich wollte schon sagen kämpfen wir zieh dein schwert und sterbe wie ein mann finde dein frieden hier der nächste wieder ich wie es hat und du natürlich auch der weg eines kriegers ist blutig eins haben oder kein schmerz da lebt ja noch einer hier geblieben keine gnade für die ungeledigen ach da ist ja noch einer au äh shit haltung ich bin am zaubern kämpfe ouch obenschein ja was was passiert was passiert was passiert legen ich kann Ich weiß nicht, was ich? So ein Pfeil nicht fährt Aufzeichnung aktualisiert Jetzt fällt mir grad mal auf, dass er da so Ketten an den Armen hat Oh, ich könnte hier immer Screenshots machen Guck dir das an, ey Das ist einfach sick Das sieht auch schon fast perfekt aus Das Pferd müsste nur weg sein Wo das Pferd Warte, wo ist denn hier? Dann ist das weg Und ein bisschen Tiefenschärfe Genau so Holy Smoking Jesus Was ist denn das? Also Was hier aussieht, ist er so ein Roter Pony, ne? Warte mal, ich kann ja auch die Farbe ändern Geil Höllische Mesu Hier, seht ihr, der Hotaru Voll unauffällig Da seh ich mich Warte, was ist das? Okay Ich hab irgendwas bekommen vom Pferd Vielleicht nicht was, aber Take it Und ich halte auch immer in die In die falsche Richtung, ne? Dabei spielt sich alles auch in seiner Nähe ab, so Alles rund um sein Haus Ich finde es auch schön, dass Achso Das ist ja gar kein Bandit Hallo, sprechen? Okay Völlig random, aber Cool Der Holzhacker Der Hackende Der 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 Man kennt ihn Aus den Legenden Er ist der Hackfleisch Hackende Holzhacker Viele Nennen ihn Haki Ich Nenn ihn Taki Eine weitere Seele gestorben Ehre die Toten Oder ehre den Toten eher gesagt Sensei Da vorne sitzt er Oh ich meine das Sounddesign so sehr von den Spielen da ist es so gut Wie geht es euch Sensei Der Weg der Spokes Das war's. Das war's. Das war's. Die sind schon hier. Schön, dass ihr euch selber als Opfer betet. Wo willst du immer hin? Stirb. Aua. Das war's. 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 Das ist doch fährt. Also da sind lebende, überlebende. Geht den Rekord. Boah, sind hier beide. Was, was, was? Ah, hier. Ha? Also. Was? 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 Okay, der stellt sich direkt offen hin, im Saal. Was ist eine Attacke? ja wie gefahrt euch schon ist ne oh der fuck wieso wird der nicht genau oh der blockt alles oh der feier im kopf willkommen ich hab ein feier bekommen meister weg mit dir alter von der blut rum ich kann nicht verdammt leck mich ich hab den weg des schwerts gefehlt und nicht des bogens weg mit dir meister hier werdet heute nicht fallen so ouch und ist eine attacke heuer brennen brenn hier haben wir alle brennen ich brenne hier alles nieder ich bin nix nieder da oben bin ich gar keine shit boah ist ja geflogen hohe da hinten versteck dich nicht hinter dem berg ich bin scharf geschützt und du hohe komm mit dir nehm ich so auf netter versuch aber das ist das ende deines lebens hohe 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 das warte hohe 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 Euer Tod brachte mir keine Freude. Da steht er rum. Hallo? Mano? So. So. Das war's für heute. Ich bin der Fall, aber ich habe den Weg zum Nachoge-Gericht genossen. Ich habe mich nicht gewusst. Ich habe mich nicht gewusst, was ich? Das ist ein Geist für Nachoge-Gericht. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzute. Ich habe mich nicht verletzute, dass ich mich nicht verletzute. Achtung! Was Sie verletzten? Der Todes ist eine große Anweisung. Der Todes hat sich keine Anweisung. Aber der Todes hat sich die Türen gefeiert. Dass Sie sich die neuen Wunderschön. Sie kommen zur Koneta. Eigentlich müssen wir ja... So, als Verhöhnung, Tumor aus Maske aufziehen, ne? Maske des Adlers. Dämonische Bogenschützmaske, oh ja. Der weiße Kitzbunner. Wo ist denn die hier? Ne? Der uralte Drage. Mein Gott, hier, Tumor aus zerstörter Maske. Da seh ich mich. Sollen wir nochmal Kleidung wechseln? Das wird immer ganz cool hier. Die Tracht des Bogenmeisters. Das passt zur Quest. Erhöht die Geschwindigkeit beim Anlegen und Nachladen verfallen. Ja. Pass. Er ist eher der Geschichtenerzähler, ne? Ja. 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 Zitera. Ja. según der Duas? Dasjumot ist meine Trachtung. Wie geht es. Da hast du? Obst du es, wenn du da hast? mitsche maschera des tomo tschimano tschüsser unter die nasate kudassay senko mann kare der kai oder tock roma hocken im wahl der rohio sangas mit bietig joshii haiku neben mir sind feier eingebreitet hat ihn auch nicht interessiert Boah Ähm Kann ich so eine Quest gerade nicht weiterführen, kann das sein? Dann würde ich die Tracht doch wieder ändern Aha Der goldene Tempel, schade, dass ich nicht schneller reisen kann Okay, dann gehen wir zu ihr Dann überwechse ich doch nochmal die Rüstung Menno Der Vorteil war Von der Sakai Rüstung, dass ich Dings da oben machen kann, ne? Ja, es ist öfter dieses Äh, nacheinander zuschlagen So, jetzt hab ich's Ich die Challenger Kraft der Vorfahren Komm, ich nehm die Nummer Mach ich nehm ne andere Maske Die Reinheit des Krieges Ich find das so geil, nur wie viele Sachen es hier gibt Wer fuck ist das? Der Stamm ist schreckend, auch wild Tomo ist dunkle Seite Die verstehe ich nicht, die feiere ich gar nicht Konnt ihr mal das? Das ist das Knurren des Krieges Kann ich hier noch ein Oha, mit Hut auch nicht schlecht, ne? Der Hut des Schwertmeisters Sakai Clan Helm Sieht irgendwie cool aus damit, ne? Ich bin eigentlich nur damit beschäftigt Hier Fashion zu machen Gosakus Helm Kommt auch wild damit Vielleicht find ich so Gosakus Helm sogar noch besser Ne, glaub ich Gosakus Helm Sagen die anderen Helme Die Sternenbänder Feiere ich dazu jetzt nicht so krass Ne Oh, okay Joa Die Storhüte sind auch eher so Nicht dafür geeignet Sagen wir so Der Helm des Krieges Kommt auch krass dabei Okay, Alter Wie groß soll der Hut sein, Alter Ja Federn der Fülle Der Helm der Unterwelt Das ist schon cool Der wird nur das Das sieht gut aus Okay, Alter Das ist so weit weg Hab ich da irgendwie Einen Schnellreiterpunkt Der nah dran ist hier, ne? Das ist, glaub ich, im nächsten dran Schnellreisen Schnellreisen Okay, und dann hier nach rechts, ne? Ja Ja Schauen wir mal Schauen wir mal Wobei sie Hilfe braucht Was ist hier los? Schnellreisen 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 Das ist im Begriff eine neue Geschichte, das ist ja wirklich vorgefahren. Warte mal, warte mal, warte? In welcher Geschichte bin ich denn drin? Es gibt doch gar keine Mission. Abgeschlossen, ja. Aha. Ja, mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich nicht machen. Zurzeit, dann mache ich das. Dass du nicht in siehst, als ich würde. Der Chef! Verrikt dich. Jin. Mit Vertrauen, auf die Feier zurückzuwenden Sie. Biodauer ist niemand. Gebet. was sein muss muss sein hier unten du hast nichts gesehen mein freund der hat alles gedehnt da war ein hundesnest, das hätte ich benutzen können stirb ouch oh, da oh, jetzt habe ich ihn rumgekommen hier, hundesnest, attacke ah, ah, hundesn, ah keine Ahnung, der sterben, der hundesn hauptsache, die lassen mich in ruhe hier hundesn wo sind die anderen hier hier scharf schießen da die hallo, ah fuck von mir Hey, wenn ich auf einen schieße, schießt ein anderer. Verbrennen, du Pfeife. Das ist der crazy, der Bro. Hallo. Dein Leben war nicht umsonst. So Junge, die Brücke ist sicher. Steh auf und lebe. So, der ist sicher, mein Freund. Man hilft, ob man kann. Vorfall an der Hiyoshi-Schlucht. Abgeschlossen. Das sieht ja auch cool aus, wenn ich hier so, ne? Warte. Das sieht schon premium aus, ne? Holy moly. Ich liebe die Escape, ne? Ich liebe den Fotomodus. Ich liebe alles daran. Guck dir das an. Jesus Christ. Wo sind hier die Brennweite? Ha, 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 ha. So. Damn. Vielleicht nur so ein bisschen auf gesättigt oder Herbst. Nehmen wir mal gesättigt. Aber nicht ganz so... ganz so crazy, nur so leicht. Überlichtung ruhig ein bisschen heller. Bisschen Kontrast reinbringen in die ganze Nummer hier. Gelbe Blätter. Nicht ganz so viele. Windgeschwindigkeit. Lockerflockig. Wolken. Sehe ich keine. Perfekt. Tageszeit ist okay. Und der Schwertschimmer muss hoch sein. Damn. F fucking 12. Seht das sick aus oder sieht das sick aus? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.